Ja, also wir sind hier beim Ackerrennen auf dem Maisfeld links zum vierten Mal in den letzten vier Jahren. Und wir haben 30 Starter, also 30 Mofas, die gleich ihre Runden drehen werden über den Acker. Das Ganze dauert zwei Stunden und wer am Ende die meisten Runden gefahren hat, gewinnt dieses ganze Gerät hier. Ja, es ist etwas groß geworden. Als wir angefangen haben vor drei Jahren, da haben wir mit zwei Mofas, einem Pocketbike und zehn Zuschauern gestartet. Und mittlerweile sind wir 30 Mofas und ja, selbst bei sehr bescheidenem Wetter doch schon fast 500 Zuschauer. Und ja, wir freuen uns einfach darauf, jetzt das hier so durchziehen zu können. Und ja, es wird ein schöner Tag werden. Es wird eine matschige Angelegenheit, weil es regnet. Und deswegen wird das Ganze rutschig und sehr, sehr dreckig. Aber genau das ist das, was es ausmacht. Unsere Strecke ist ungefähr 250 Meter lang. Wir haben dieses Jahr ein paar Kurven mehr eingebaut als in den vergangenen Jahren. Und deswegen macht es das Ganze natürlich umso spannender und ja, umso matschiger. Ich bin Lasse Cesar aus Dorsten. Wir fahren mit der Sünder Kombinett heute hier. Das erste Mal mit. Wir sind gerade beim Training, müssen schon wieder ein bisschen reparieren. Die Sonne kommt raus. Wir hoffen, dass es nicht regnet. Aus welchem Jahrgang ist das? 1962. Originalbauteile. Eigentlich zu schön für den Acker. Aber läuft. Das ist der Einwohnige. Das ist der Einwohnige. Das ist der Einwohnige. Das haben wir doch alles wieder da reingetragen. Weiß noch. Auch hier gefällt. Also doch, wir brauchen alle. Oh, roll ich jetzt zurück? Ja. Ja, weißt du, was machen wir? Ich trete zu weit. Ja, aber ich habe auch oft. Ja, aber du kannst doch. Sogleich nur noch die Fahrer und Mechaniker. Ja, ja, zu viel, ne? Wir versuchen jetzt mal unser Glück. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber bin ich stolz. Denn die Dorfkiller sind aus gutem Hals. Was? Ich trete doch ein Kind aus der Schöne bei dir. Ich hoffe, dass der Autor-Statter-Gerner hat die Einwohnung gemacht. Dann macht es ja wirklich gut, dass die Autor-Statter-Gerner hat. Und dann hat es ja wirklich gut, dass die Autor-Statter-Gerner hat. Ich glaube, dass die Autor-Statter-Gerner hat. Ich glaube, dass die Autor-Statter-Gerner hat. Die Autor-Statter-Gerner hat. Untertitelung des ZDF, 2020